Sooo, am du wir mal? Rimm, bei Engel. Naja, let's play Wolfenstein in New Order. Wir sind momentan am U-Boot führen dem... Wie nennt denn das Labor vom Dr. Deathshed? Oder Totenkopf? Ah, wir tauchen da dahin. Ah, wir müssen Prisionärer anscheinend mal befreien. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ganz ehrlich. Wasser schloss. Alles. Weil, wie bei euch die Gefühle haben, kommen wir an dem Ende vom Spiel immer, steckst du in meinung. Und wenn sie die Gefühle haben, die Lore ist richtig interessant gewesen. Okay, jetzt steht hier noch interessant zu gehen. Oh, wo ist das? Okay, da geht interessant. Ah, das ist noch mal so gigantisch wie die Demonswellen. What the fuck? Oh, wie krass. Oh, wie krass. Oh, wie krass. HAHAHAHA. Oh, du hast noch richtig interessant für den Busch. Das Ding hat sich gleich als groß wie die Demonswellen geht, Pfuh, was das ist. Und da geht's rein. Und da geht's rein. AYA, ich komm' für dich. Das sind sehr interessant. Ah, ich kann noch elektrisch umstellen und andere Dinge, ist okay. Okay, gut zu wissen. So, wir machen mal alles, was das geht. Aber wir sind hier auch... Ach, warte, ich hab's noch mal noch mal so. Und ich hab' den einfach dick beindrucken dafür, dass wir so... so nur am Ende des Spiels, ich kann zurückkommen auf den Platz, wo alle so gefangen sind. Und ich muss sagen, das Spiel war bisschen richtig gut. Und ich hoffe, denn das hat mich auch ein bisschen im Hit. Ich hoffe immer, dass es heute in den Tag ist. So, ich ging so eine schöne Laufelung, weil... das Aller ist bloß schallgedämpft, weil... ich weiß nicht, ich kann das mal sehen, mir ist die ganze Frontmauer angerabt. Mit... Oh! Futterst du du scheiß Fett! Ich wusste, du! Ich wusste, du! Ich wusste, du! Ich wusste, du. Ich wusste, du war viel zu viel Ruhe. Ich wusste, du war viel zu viel Ruhe. Ich weiß nicht, du warst... Entschuldigung! Ich weiß nicht, dass ich das nicht verdammt, heute. Ich weiß nicht. Ich werde hier los. Das muss peinlich gehen. Vielleicht soll ich die Munition haben. Ich weiß es nicht. Ich bin schnell der Sohn. So. Fresse. Arschloch du. Schwule. Schwule. Boah. Computer. Du nervst mich. Ich meine, das ist so gefährlich. Ja komm. Streck der Kopf ruhig raus. Putain. Komm. Nein, ich habe nur Leute mal. Das wäre auch eine gute Idee. Ne? Ah. Nur den von Femme überall. Zucken. Das ist richtig. Ich habe das Gefühl. Das ist ja gut. Das eine gute Idee. Ich habe etwas mehr. Ja, jetzt hab ich auf. Ich habe das Gefühl. Was ist nicht richtig? Mit der Frecktach, das kann ich nicht sehen. Oh, das tut euch eigentlich Flammen, gell. Bütter. Gezettet, dass ich die Zigarette aus war, aber richtig aufhängig, gell. Das kommt schon ein Stück 400, das ist noch schon mehr aufgestürzt, wie ich es wollte. Komm. Alles. So, wir haben was vor allem. Wir haben keine Uploadestation. Wir haben keine Uploadestation. Ich bin nicht mehr aus der Tisch. So. Was muss einfach alle in Richtung gekommen? Darf sie mich schlauen? Du hast schon einen Indowichser, so weit. Wir dürfen nicht überraschen, Kollege. So, ich bin mir mal den selbsten Waffe zurückgeschlauen. So. So. Für drei Stunden schreiben, Assault Rifle. Von den Waffenwissen ging ein bisschen wie sehr, Kollege. Da wäre ich auch schon ziemlich früh. Ja. Ich muss mich für den ersten Mobben. Ne? Willst du? Ruhe. Ruhe. Ja, komm. Willst du auch noch ein bisschen? Ruhe. Ja, komm. Willst du auch noch ein bisschen? Ruhe. 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 Ich will gerne Winch macht er schwärze. Also, wird mal ein Luca lebt. So. Hä, wie gefällt der Staat, Bitches? So, ich mein, nur mal so gut wie alle, gar hier umgemurkst. Kein mal los, wo... Oh, hei, komm, du geh, da war du. So. Du werd, du werd ja noch fertig sein, ne? So, geh schon heil das Zimmer, das sichern. Okay, halt noch nicht viel Granaten, noch nicht genug. Ich mein, nur ganz ruhig, ja ganz entspannt. Ich stresst mich nicht, weil ich mich stresst. Da freck ich nicht rum, und ich will nicht freck, du wirst ja stresst mich nicht. Ich mein, nur ein Schraubfindlöien. Ich will mal auch stopfen, ja, Zigarettoig. Enigma Code Pieces, so. Computer hat... Wärf mich nicht. So, ich mein, nur sich nicht... Natürlich. Na, natürlich. Na, natürlich. Die Dinger hängen immer durch, wo ich's nicht gesehen. Und dann hätt ich nur so, oh, hätt ich's nicht mehr gesehen. So. So, hab ich mal alles ausgemaxt. Leute, ich hab auch mal eke ausgemaxt. Starkes Herz, starker Stahl, ja, ja. Ich mein, das ist trotzdem mal gefährlich. So. 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 Ou mein, nur unsere Haute hoch. Euer, nur schiefm, Mann! Oh! Wie sagt ihr um,haven? Das chainere roboter. Komm, blöd auf! So, komm, blöd an, kärle! Autopanzer, was Autopanzer? Spreng, da ist nicht viel Hammer, da tut ihn doch! Ich bin so leid vom Tracking, gell! So! Das ist mein Laufhochen! So, haben wir den Kopf geflogen? Das ist jetzt ein Blut, das schwitzt da mal noch gut, gell! Ich schwitzt den Teich, oder was? Okay, da habe ich niemanden vertraut, das würde ich aus! Okay! 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 So, nur so fremd. Sag ja nur noch ein Plasma-Waffe. Ah, dir soll ich denn gut zu wissen. So, und dir ist auch eigentlich, können wir mal umblöden. Gut geschirr. Komm, hört, hört. Halt den Maul, halt den Maul. So, du möchtest, du? Ah, die haben ganz gemäßt. Nichts, du möchtest. Also, meinst, du möchtest, du möchtest, du möchtest, du möchtest, du möchtest. So, wir müssen auch in den ganzen Keller voller Leischen noch los. Ah, du lösst. Ich weiss nicht, wie viele Zerloten in den Ohren zwölf Uhr noch. Wenn die Kindflüge haben, bis es kapiert, dass wir nicht abzahlen sind. Ne, nur hältst du da nicht auf, bitte. Willst du dich verarschen? Ah, mein war doch viel mir voll. Keraiu. So, was mein? Meiner Panzer, ja, zack. Zack, nach Gesundheit. Ne, au, 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 au. Halt den Maul da. Bäschen. Natürlich, ob es du keine Chance geben möchtest, weil es in dem Maul. Guck mal schon, das ist ein Rambo, yeah. Ja, gut, so, frack. So, da kommt schon die Waffe noch zuerst ein bisschen. Ich wusste, da bin ich schon die Waffe geholt. Okay, weiter. Ne, ist das okay. Ja, komm, nochmal, genug, ne. Ach, bitte. Assault Rifle, Assault Rifle, komm. Da zervierst du die Waffe so, der muss in Ruhe ist, geil. So, ich glaube, mein Gott hat Waffe, wir sind ja schließlich zu Gast. Hey, muss mein Gott geholfen. Ja, ich geseh dich auch. So, wenn man euch kennt Frieden, ich weiß heute wieso und wohin er gehtet, zu dem Arsch raus mit da und fand ich auch gut. Du, du kennst dich auch gut raus. So, also Musik, das fand ich mich so spannend, da muss ich ganz davon aufgesehen, dass man auch noch das Leid aufgemetzelt tun. Fand ich Musik wirklich so spannend, la. Und ich meine, heute kommen wir auch nicht hin, das aber jedenfalls auch, wenn wir weitergehen. Ich weiß, was das Ganze aber überhaupt nicht. Aber der Waffe kann man natürlich auch nicht hier rühren. Komm, ein Gaupplitz ist sicherheit. Wir wollen ja wirklich sicher, sicher, sicher gehen. Und für den, ah, ich bin scheinbar nicht hier rufen. Komm, la. La. Du bist ein riesen muskulöser Typ, du wirst die Waffe auch packen rein. So, ich bin jetzt mal um den richtigen Part. Ich finde das Geschirr, ob so ein fatter Robot da kennt. So, wir haben alles genug, bis wir auch Potserung. Ami kämpfen und zwar weiter, das Geld nehmen möchte, aber wir haben doch auch noch. Ah, bitte, wo geht da doch umhin? Wo ist das gerade? Äh, 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 äh? Ja, wie? Er geht ja auch nicht in uns raus. Okay, das kann nicht sein, muss ich ja auch wieder von der Hälse gehen. Ah, äh. Ah, ne, es ist ein bisschen Waffe, aber das gefällt mir nicht. Ah, ja, du kannst ja natürlich die Optik aber nur noch mal gesund sein, nein. Ah, klar. Oh, was ist das, du? Okay, hier, ob er noch wirbeln soll. Oh, schminkt, der kann immer so gut. Der gefällt mir gut nicht. Das ist mal ein Operationshof vom Onkel Doktor. Okay, komm, jetzt weh der Tisch, wir müssen in Europa klammern. Du dumme Wichser, doch. Fuck. Du blöde Spaß. Habt ihr eins ein Feuer gewollt? Also hier. Oh wait. Ich bin beschäftigt. Ich bin in Berlin und in den letzten Dreck. Oh, fuck. Alles, was ich mir hätte erträumen können. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Gerne. Oh, verklebt. So, du fragst du. Und tschüss. Ah, da war es zu mir statt. Schnell probieren, Brüten. Okay, so. Und wir sind bei 12 Minuten. Wir haben gerade den Bubi abgeschlitzt. Anders ging es auch mit meiner Einklang ein bisschen. Dann gießen wir uns direkt ein Mal bei. Let's play. Wolfenstein. Merci noch.